Heute sage ich dir, wie du schnell eine rote Linie für deine Hochzeit findest. Und dazu stelle ich dir jetzt acht einfache Fragen. Und wenn du die beantwortet hast, dann hast du schon deine rote Linie. Meine erste Frage an dich lautet, was sind deine Hobbys, Interessen und was macht dir richtig Spaß? Findest du da mit deinem Partner einen gemeinsamen Nenner? Geht ihr bergsteigen? Geht ihr gerne auf Reisen? Habt ihr irgendeinen besonderen Kochkurs gemacht? Was macht euch beiden wirklich Spaß? Und könnte das ein Motto für eure Hochzeit sein? Die zweite Frage lautet, einigt euch mal auf einen Stil. Wollt ihr es ganz klassisch haben? Wollt ihr es liché haben? Wollt ihr es ganz elegant und glamourös haben? Wie seht ihr euch gekleidet? Wie seht ihr eure Gäste gekleidet? Und auch das kann eine Basis für einen roten Faden sein. Vielleicht habt ihr auch Lust auf eine Zeitreise. Wollt irgendwie in den 20er Jahre Look einsteigen und das als rote Linie für eure Lieblingsfarben. Könnt ihr euch darauf einigen, welche Farben auf eurer Hochzeit vorkommen? Möchtet ihr Cremetöne haben? Möchtet ihr eine knallige Farbe mit dazu nehmen? Blau, rosa, pink, lila, grün? Es gibt ja mittlerweile alle möglichen Trendfarben. Und auch das kann schon die rote Linie sein. Es muss gar kein Motto sein, es muss auch kein Hobby sein. Eine einzige Farbe, die sich durch alles durchzieht, gibt dir einen roten Faden und etwas, woran du dich entlanghangeln kannst und worauf du unterschiedliche Aspekte deiner Hochzeit aufeinander auch abstimmen kannst. Dann habe ich noch eine Frage und zwar, zu welcher Jahreszeit wirst du heiraten? Wenn du im Oktober heiratest, wenn du in Deutschland im Oktober heiratest, dann kannst du zum Beispiel schon mal auf Farben wie Rot und Orange zurückgreifen. Du kannst auf natürliche Dekoartikel zurücksetzen, wie Kastanien, vielleicht auch getrocknete Blumen, das ist auch sehr modern und sehr schön. Und dann hast du auch schon wieder ein Motto gefunden. Heiratest du im Sommer, heiratest du im Frühling oder im Winter, dann kannst du auch das als rote Linie nutzen und dich an der Jahreszeit entlang orientieren. Meine nächste Frage lautet, benutzt du Inspirationsquellen wie Hochzeitsmagazine, Pinterest, Instagram oder auch YouTube, um auf Ideen zu kommen und dir da vielleicht von jemand anderem einen roten Faden abzugucken? Und mein nächster Tipp ist, verbinde dich mit deinen Dienstleistern. Falls du schon Dienstleister ausgewählt hast, wie zum Beispiel ein Fotografer oder auch eine Floristin, die ist oft auch ein guter Ansprechpartner für den roten Faden, lass dir doch mal Vorschläge machen, was sie auf deiner Hochzeit anbieten könnte. Und vielleicht findest du auch mit einer besonderen Blumenart schon einen roten Faden. Dann kannst du vielleicht ein Motiv auch von einer Designerin dazu zeichnen lassen oder vielleicht findest du schon das passende im Internet. Kannst dieses Motiv auf die Einladungskarten drucken lassen, auf die Menükarten, auf die Gastgeschenke. Kannst dich an den Farben der Blumen orientieren und hast plötzlich ein Motto und einen roten Faden. Was aber nicht kitschig ist und einfach nur für dich, für die Organisation eine extreme Erleichterung, weil du nicht alles sofort immer neu erfinden musst, sondern du weißt, deine Farben sind beispielsweise grün und weiß und dein Motiv ist der Weltenbaum. Dann hast du eigentlich schon deine Dekoration beisammen, denn alles, was nicht dazu passt, schließt du automatisch aus. Du musst weniger nachdenken und deine Hochzeit sieht professionell aus. Es macht einen großen Unterschied, ob du an der einen Stelle alles bunt geschmückt hast und an der nächsten Stelle vielleicht nur mit einer Farbe. Die Einladungskarte anders aussieht wie die Dankeskarte und die Menükarte anders aussieht wie die Platzkarte. Und dann hast du einfach eine einheitliche Linie. Es macht dir die Planung wesentlich einfacher und es sieht gleich viel hochwertiger aus. In diesem Video findest du weitere Tipps, die dir bei deiner Hochzeitsplanung helfen.